Othée-Othée ist eine französische Stadt mit 13.863 Einwohnern im Departement Saunil-Eure in der Region Burgunds sowie Hauptstadt des gleichnamigen Arrondissements, Geographie. Die Stadt liegt am Ufer des Aru an der Einmündung seines rechten Nebenflusses Ternin. Othée gilt als Tor zum Morvan Massif. Die dunklen Wälder dieses Gebietes reichen bis fast an den mit bunt glasierten Ziegel im gedeckten Chor der Kathedrale Saint-Lazare heran. Geschichte Kaiser Augustus gründete August Audunum 10 v. C.H.R. an der Fernhandelsstraße via Agrippa und dem Fluss Aru nachdem der Widerstand der Gallier endgültig gebrochen war. Das in der Ebene gelegene August Audunum entsprach dem römischen Stadtmodell im Gegensatz zu dem auf einem Hügel gelegenen Bibraktee, das 25 Kilometer entfernt von August Audunum lag und bisher die Hauptstadt des Stammes der Heduer gewesen war. Nach Gründung von August Audunum kam es zur schrittweisen Aufgabe von Bibraktee durch Abwanderung. Der Großteil der ehemaligen Einwohner von Bibraktee dürfte sich in August Audunum angesiedelt haben. A. Ein Teil der heduischen Oberschicht, die bereits während des Gallischen Krieges prorömisch eingestellt war. Sie registrierten mit Sicherheit die strategische Wichtigkeit der neuen Stadt, die an den Hauptverkehr Sachsen lag. Noch vor römischen Zeiten soll ein Druidenheiligtum auf dem Stadtgebiet gelegen haben. Über die antiken Ausmaße ist die Stadt nicht herausgewachsen. Sie wurde einst das Rom Galliens genannt. Die mittelalterliche Stadtmauer, von der 23 Türme erhalten sind, fußt auf antiken Fundamenten. Von den vier Haupttoren stehen noch die Porte Daru im Nordwesten und die Porte St. André im Nordosten. Aus römischer Zeit erhalten blieben außerdem nur das Theater, das größte in ganz Gallien, die Pyramide Dekohat, ein Grabmal aus dem 1. Jahrhundert und außerhalb der Stadt der stark lädierte sogenannt Janu-Stempel. Im Jahre 532 fand vor den Toren der Stadt eine bedeutende Schlacht statt, in der die Franken die Burg und den besiegten, deren Reich wurde vom Frankenreich annektiert. Danach fungierte Otter bis zur Plünderung durch die Araber als fränkische Hauptstadt. Im Jahre 725 kam der Umayyaden-Generalanbassar Ibi in Suheim al-Kaibi mit seinem Heer bis Otter. Am 22. August 725 eroberte er die Stadt. Otter war der östlichste Punkt der Expansion der Umayyaden in Europa. Zwischen 663 und 675 fand ein Konzil in Otter statt, das von Bischof Leodiger von Otter initiiert wurde. Aus den Akten dieses nur bruchstückhaft überlieferten Konzils geht kein Datum hervor. Wohl aber wird der Bischof Leodiger von Otter als sein Initiator genannt. Bedeutend war dabei unter anderem, dass für Orden die Übernahme der Regel Benedikts gefordert wurde. Im 12. Jahrhundert wurde die bedeutende romanische Kathedrale St. Lazar erbaut. Im Jahr 1788 wurde Charles Mauritz E. D. Talleyrand Perigord Bischof von Otter und blieb dies bis zum Ausbruch der französischen Revolution 1789. Später war er Napoleons Außenminister. Sehenswürdigkeiten, siehe auch, aus der gallorömischen Zeit, Stadtmauer, auf römischen Fundamenten errichtet. Antike Stadt Tore Porte Daru und Porte Saint Andre, so genannter Janus-Tempel, wurde irrtümlicherweise dem Gott Janus zugeordnet. Eine Tafel an dem Gebäude präzisiert. Die besondere Form des Tempels, Phanum genannt, ist gallischen Ursprungs. Nur die Steinmetz-Technik ist römisch und datiert aus dem 1. Jahrhundert N. CHR. Der Name Janus wurde falsch mit dem Tempel assoziiert, als im 16. Jahrhundert der Historiker Pierre de Saint-Julien den Namen des Ortes interpretierte. Tatsächlich bezeichnete dieser Ortsname eine Lokalität, wo Ginstersträuche wuchsen. Die Gottheit, die hier verehrt wurde, ist bis heute völlig unbekannt. Römisches Theater mit einem Durchmesser von 148 Meter und ca. 15.000 Plätzen, die Orchestre sowie einige Ränge wurden freigelegt. Römisches Amphitheater, aus dem Mittelalter. Kathedrale St. Lazar aus dem 12. Jahrhundert im Stil der burgundischen Romanik. Der Tour des Ursulines genannte Don John aus dem 12. Jahrhundert. Der einzige Rest der einst beeindruckenden Burg Riveau. Heute ein Kulturzentrum. Mittelalterliche Häuser mit dem Stadtpalast des Kanzlers der Herzöge von Burgon Nikolaus Roulin, in dem das Musee Roulin eingerichtet wurde. Weiter sehenswert Musee Roulin. Museum des Trois Naturelles d'Oté. Naturwissenschaftliches Museum mit über 800.000 Spezies in der Erué St. Antoine. Lycée Militaire d'Oté. Ehemaliges Seminar mit einem früheren Kreuzgang Napoleon und sein Bruder Josef genossen hier einen Teil ihrer Ausbildung. Passage. Prunkvolle überdachte Passage bei der RUE du General du Demetz. Kreuk de la Liberation. Ein an die Befreiung der Stadt im Jahr 1944 erinnerndes Steinkreuz auf der südwestlich von Othé gelegenen Anhöhe Mont Saint-Sebastien, von der man eine gute Aussicht über die Stadt hat. Fotos. Römisches Amphitheater. Wärterhaus am Röhm. Theater mit antiken Figuren. Gallo-Römische Stadtmauer. Brücke über den Arum mit Blick auf das römische Stadttor Porte Daru. Punkt. Sogenannter Janu-Stempel. Straße in der Altstadt. Kreuk de la Liberation. Turm der Ursulinen. Persönlichkeiten. Söhne und Töchter. Symphorianus christlicher Märtyrer. Eumenius gallischer Ritter der Spätantike. Euphronius von Othé, Bischof der Stadt. Germanus von Paris, Bischof von Paris. Nicolas Rollen, Kanzler Philipps des Guten. Nicolas Chongarnier, französischer General. François Xavier-Gelotte, französischer Botaniker. Louis-Renaud, französischer Jurist und Friedensnobelpreisträger. Personen mit Bezug zur Stadt Gregor von Longre in der 2. Hälfte des 5. Jahrhundertskommels der Stadt. Bruni-Child, Frankenkönigin, wurde in Othé begraben. Leo de Gaert, Bischof von Othé. Tillerand ab 1788 Bischof im Bistum Othé. Napoleon Bonaparte. Napoleon und sein Bruder Josef Bonaparte wurden in Othé ausgebildet. Josef Bonaparte, ältester Bruder Napoleons. Siegfried Tomaschki als Oberst der Wehrmacht 1940 Stadtkommandant. Städtepartnerschaften. Deutschland Ingelheim am Rhein, Rheinland-Pfalz seit 1963. Vereinigtes Konigreichs-Diefnage, Hurt-Fotscher seit 1975. Japan Kawagö-Präfektur seit 2002. Spanien Arevalos, Kastilien-Leon. Besonderheiten. Eine kulinarische Spezialität der Region sind die Produkte des Morvan, wie Käse, Honig und Produkte der Haselnuss. So beispielsweise die Neuse des Sumorvan, ein Nuschgebäck in Form der Nüsse und Gro Gro Kese-Sumorvan, ein Mandelnuschgebäck. gibt es die Produkte des Morvan-Menten, ein Nuschgebäck-Gerck-Gerck-Gerck-Gerck-Gerck-Gerck-Gerck.